Gale Divas hat auf heimischem Boden, und das ist ihr sehr viel wert, den amerikanischen Rekord auf 12.33 runtergeschraubt. Und es ist sehr wichtig für sie, diese 100 Meter Hürden zu gewinnen. Die Divas vorne, ganz klar, Aloysi holt jetzt ein bisschen auf, aber klarer Sieg für die Divas. Siegerzeit 12.39 Uhr, 600 Sekunden hinter ihrem amerikanischen Rekord und die schnellste Zeit hier im letzten Rund, die je auf der 100 Meter Hürdenstrecke der Frauen gelaufen wurde. Rund, St. Martin, in der Hürdenstrecke der Frauen Heathcliff unter dem Rund. Rund, St. Martin, in der Hürdenstrecke der Frauenfarben gibt es auch sehr viel angefangen. Mit ihr.. Noch immer! Schluck!